Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Hyrule Warriors. So, ich werde die 2000 Feinde Mission jetzt nochmal angehen, hoffen, dass wir ein Kleidchen für Zelda bekommen. Ich werde es auch wieder mit Young Link machen. Ich habe zwar in meiner Waffenkammer geguckt, ob wir das Erfahrungsplus woanders hin besetzen können, aber, also gegen was anderes ersetzen können, aber nope. So, ich werde einen Waffenhaben höheren Rangtrang schlurfen, indem ich so einen Agorok-Stein Willit-Blend austeste und here we go. Das muss funktionieren, also ich denke, wir müssen nur ein bisschen schneller sein. Also 15 Minuten, schätze ich, ist die Grenze für einen Goldrang. Schaden war ja okay beim letzten Mal. Welchen krall ich mir jetzt zuerst? Also, Agorok kämpft immer gegen Agorok. Also, ich denke, die Startschwierigkeiten selbst kriegen wir nicht um. Ja, also ich denke, wir müssen uns erstmal so eine Goma krallen. Aber ich werde dann weiter... Äh, ich werde dann weiterhin... Wenn ich Magie habe... Wenn ich Magie habe, werde ich den Finisher selbst zu Agorok tragen. So, komm. Hier werde ich den Finisher selbst zu Agorok tragen, damit... Ähm... Damit möglichst schnell neue Feinde spawnen. Beziehungsweise den Finisher selbst der Magie sollte ich insgesamt... ...zu Bossen tragen. So, was ich mir wünschen würde. Welcher? So, komm. Obwohl ich mir wünschen würde... ...dass ich am Anfang nicht so viel Schaden bekomme... ...nur weil diese scheiß andere Goma jetzt da wieder hinter steht. Komm schon, mach Ende. Nein! Egal. Nicht so schlimm. Nein, doch, doch, das war schlimm. So. Jetzt kommt's, Digge. Direkt, Feuer frei. Magie plus und gib dem Viech. Geht das? Nicht ganz. Aber ich kann den Finisher trotzdem noch zu dem Teil tragen. Dieb am Arsch. Also ich denke, zumindest mit der Grimmigen Gottheit... ...kann man das als Strat fahren. Und immer schön den Finisher selbst zu den Bossmonstern tragen. Und dann mit dem vollgeschaufelten... ...kann ich... ...dann... ...da werde ich jetzt nicht schnell genug sein. Das war doof. Also... Oh, es geht. War gar nicht so doof. Zum Glück Magie hinterlassen. Ich hab nur mal Schwein gehabt. So. Aber ja, ich denke, ich muss mich von... ...Bossmonster zu Bossmonster hangeln. Mit den kleinen Wellen an Viechern, die die immer spawnen und tot sind. Meine Versuchung ist zwar groß. Ja. Jetzt trage ich den Scheiß mal zu den beiden Argoroks. Hot! Läuft! Schön, der hat Magie gespawnt. Das heißt, ich kann hier jetzt noch ein bisschen metzeln. Frag mich nicht, warum der war mir wichtig jetzt. So. Beziehungsweise... Ach, wie schön. Wie nett von ihm. Der verfolgt mich ja jetzt sogar, weil sein... ...komischer Kollege kaputt ist. Mit dem er sich eh nur geschlügelt hat. Wie sieht's aus, Bruder? Flatsch! Fein! Also das ist schon echt crazy Damage, den er da macht. Das reicht nicht ab nochmal. Also die Argoroks, die sind definitiv schwächer geholt. Boah, du hältst jetzt mal so die Fresse, ey. Du gehst nur auf den Sack. So, das heißt, wir ballern jetzt hier mal die ganze Truppe weg. Und lassen dann unsere Restmagie an der Goma aus, die uns da gerade auf die Pelle rücken will. Will sie das? Will sie das nicht? Ich weiß schon, das läuft. Joink! Geht das oder geht das nicht? Nee? Doch. Ah. Boah. Doch. Geh kaputt! Einer zu wenig! Aber egal. Ey. Geh mir jetzt nicht auf den Sack! Dein Ernst? Okay. Okay. Sei pissig. Gut. Wir machen es auf deine Art und Weise. Ich warte. Danke! Danke! Du verdammte Bitch! Du verdammte Bitch! So. Wir ziehen uns jetzt... Wir ziehen uns jetzt hier einmal voll durch die Menge. bis runter zu den beiden anderen Argo-Rocks. Die haben es nämlich auch wieder auch wieder nötig. Ich hoffe ich, dass das funktioniert. Ich hoffe ich, dass das funktioniert. Ja. Ich hoffe ich, dass das funktioniert. Die Viecher könnte mich immer am Arsch nehmen. Ja. Die Viecher könnte mich immer am Arsch nehmen. Aber für die Argo-Rocks werden wir wahrscheinlich ein Minütchen opfern müssen. So, kommt schon Jungs. Ich habe keinen Bock mehr. Feuer frei! Beide gleichzeitig! Einen kriegbar! Yes! Komm einfach runter, Mann! Geh mir nicht auf den Sack! Wie auch immer! Der Rest interessiert mich auch so gar nicht. Oh. Praktisch. Naja gut, ich hätte in einen Trank jetzt nicht verschwitzen müssen. Aber... Das geht. Wie viel Damage? Nur 6000. Das ist besser als letztes Mal. So, komm, jetzt verreißen wir hier noch gerade mal ein paar 100 Kills. Das wird ja wohl möglich sein. Im Ernst, das wird ja jetzt wohl möglich sein. Mal eben... Hier rein, wie viele Gegner ist. Das... Ja, komm, schauen! Die spawnen auch einfach nur so scheiße nah. Tolles Rohr. Schauen, 250 noch! Wenn wir jetzt unter 5 Minuten Restzeit bleiben Ich hab zufrieden Das Problem ist Jetzt An meinem Problem Schamanen Blöder Bengel Wirst du jetzt wohl Eben 70 Kills machen können In ein paar Minütchen Komm schon Komm schon Mann Mann Komm man Sie leer Das sollte es jetzt gewesen sein Oder Bitte Bitte Yes Oh boy Wie er sich freut Schön Und wir haben sogar noch genug Zeit Um in Ruhe Den ganzen Mumpets Den wir jetzt gesammelt haben Zu bestaunen Inklusive Zelda ist hoffentlich Neu im Kleidchen Also wenn es für die Herausforderung Also wenn es für die Herausforderung jetzt echt noch was geben soll Also was Specialmäßiges geben soll Bin ich reichlich gespannt Aber ja Grimmige Gottheit Grimmige Gottheit Magie plus Crazy Shit Einfach Einfach überkrass 12 Minuten noch was Also sehr viel besser Als letztes Mal Hell yeah Deluxe Sandstab Sogar mit Legendary Das ist ein Oh cool Und Ich wusste nicht Dass Ariel Für den Toon Link kommentiert Aber ich sehe da gerade Das Mini Bild Very nice Also den Deluxe Sandstab Ich glaube Mit dem kann man mal Mit dem könnte ich mal Mit dem könnte ich mal Level fahren gehen Segel Ebenfalls sehr nice Ich glaube ich habe Ich glaube ich habe Sehr viele Sehr viele Killing Farmrunden Dingsings vor mir Neues Kostüm Für Zelda freigeschaltet Standard Boss Sagt mir jetzt Natürlich Sogar nichts So Mutprobe Stufe 1 Haben wir Mutprobe Stufe 2 Haben wir nicht Überlebenskampf Haben wir auch nicht Ich denke ich werde den Überlebenskampf In der nächsten Runde Mal checken Kämpfe betrachten Sheldah Und Achso Äh Standard Boss Uh Okay das ist schon Nice Das ist nice Nichts besser als Go to all Black and red Ich meine Hey Bunny Ears Und Boom Das ist Richtig Richtig Das ist ein richtig Cooler Reskin Das ist ein sehr Sehr nicer Reskin Top Sache Also Wir haben Wir haben einen Zelda Skin Ich weiß Wir haben einen Low Rule Zelda Skin Das war der War das Ja genau Das war der Standard Master Quest Skin Da hat sie auch Dunkle Haare Finde ich schon Ziemlich cool Soweit Der OOT Redesign Ist natürlich Auch süß Das hat sich Okay Twilight Princess Hat sich angewoten Ähm Ja das war der Standard Master Quest Also der Low Rule Das Low Rule Design von ihr Ist schon cool Mag ich Vor allem mit den Mit den lila Haaren Ist halt detailgetreu Aber das Hier ist halt Einer der Bonus Skins Die es nur In solchen Games Gibt Mit von denen Von denen auch Von denen auch Smash halt Viele hat Vor allem Also es erinnert mich Sehr an Die ganzen alten Skin Hacks Aus Smash Bros Brawl Ich hatte wirklich Ich hatte so eine ähnliche Die war nur noch Mehr rot Crimson Zelda Hieß der Skin War sehr verbreitet War sehr schön Doch Finde ich Finde ich sehr sehr nice Das Das kann man Auf jeden Fall Mal spielen Soweit Wenn ich nochmal Zelda spiele Dann definitiv Mit diesem Skin Cool Sehr cool Ob ich jetzt Ob ich jetzt Die Muße habe 25.000 Gegner Also 50.000 Gegner Zu besiegen Für das Segel Und für den Für den Sandstab Den ich gerade Bekommen habe Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Also Es sind Stufe 3 Waffen mehr Will ich ja gar nicht Wenn ich in die Charaktere noch Ein bisschen Ein paar Level Stopfen kann Einfach mit Rubinen Reicht mir das Ja vollkommen aus Okay Also werde ich Nächste Folge Werde ich mir Überlebenskampf Stufe 1 Werde ich mir scouten Für euch Mit euch Mit Ich werde versuchen Das mit einem Anderen Char Hinzukriegen Bis dahin Könnt ihr Liken Abonnieren Kommentieren Und oder teilen Ich werde sehen Was ich machen Lässt Okay Alright Ich bin So weit Raus Für heute Kling Kling Kling